Das Traumschiff gehört zu den beliebtesten TV-Serien und begeistert die Zuschauer schon seit Jahrzehnten. Auch die Crew darf auf dem Kreuzfahrtschiff natürlich nicht fehlen. Leider sind einige Stars bereits verstorben. Heide Keller war als Chef-Hostess Beatrice von Ledebohr die gute Seele des Traumschiffs und seit der ersten Folge mit dabei. Für Fans war die Serie ohne sie undenkbar. 2018 nahm die Schauspielerin dann aber nach 80 Folgen Abschied vom Traumschiff und hinterließ dabei eine große Lücke. Ihren Platz nimmt seither Barbara Wusso als Hanna Liebhold ein. Am 27. August 2021 starb Heide Keller ganz überraschend. Sie wurde 81 Jahre alt. Siegfried Rauch ist Traumschiff-Fans sicher noch als Kapitän Jakob Paulsen in Erinnerung. Er ging in Folge 34 an Bord und steuerte das Schiff an die schönsten Orte. 2013 nahm auch er Abschied vom Kreuzfahrtschiff und gab die Kapitänsrolle nach Folge 70 an Sascha Hain alias Viktor Burger ab. Am 11. März 2018 starb Siegfried Rauch an Herzversagen. Er wurde 85 Jahre alt. Günther König war der allererste Kapitän des Traumschiffs und stach 1981 erstmals als Jens Braske in See. Nach sechs Folgen ging er 1982 wieder von Bord. Am 4. Juni 1998 starb König mit 71 Jahren in Hamburg. Holger Hagen stand als Schiffsarzt Dr. Jensen für die ersten drei Traumschiff-Folgen vor der Kamera. Für ihn ging es damals auf die Bahamas, nach Barbados und auf die Jungferninseln. Sein Nachfolger als Schiffsarzt wurde 1983 Horst Naumann als Dr. Horst Schröder. Holger Hagen verstarb mit 81 Jahren am 16. November 1996 in München. An Heinz Weiß können sich treue Traumschiff-Fans bestimmt auch noch erinnern. Er übernahm 1983 nach Günther König die Rolle des Kapitäns. Als Heinz Hansen schipperte er über die Weltmeere, bis er schließlich 1999 von Bord ging und Siegfried Rauch das Steuer überließ. Am 20. November 2010 starb Heinz Weiß im Grünwald. Er wurde 89 Jahre alt. Maria Sebald war beim Traumschiff zwischen 1981 und 2014 immer wieder in verschiedenen Rollen zu sehen. Im April 2023 verstarb sie mit 93 Jahren. Klaus Bahner sahen wir als Passagier Ernst Seebach beim Traumschiff 1992. 2022 verstarb er mit 89 Jahren, nachdem er sich in den vergangenen 20 Jahren zurückgezogen hatte. Das